ein herzliches hallo und willkommen hier ja fast aus meiner heimat diesmal aus mönchengladbach ich weiß gar nicht ob ich hier aus glattbach schon mal ein video gemacht hat ja auf jeden fall bei mir ist the one and only marcel aus aachen angereist ja wir haben uns ganz spontan hier getroffen wir wollten eigentlich dieses wochenende was anderes unternehmen und zwar ja wollten wir ins bergische land aber ja es ist langes wochenende weil donnerstag war feiertag und dann waren die hotels alle so exorbitant teuer dass wir gesagt haben das machen wir dann mal ein anderes wochenende weil pro person jetzt 50 euro mehr verbraten bloß um dieses wochenende hier zu nehmen das war es uns dann auch nicht wert ja und dann war ich gestern einkaufen hier in glattbach und da habe ich gesehen es ist bierbörse in der innenstadt ja dann habe ich marcel kontaktiert und dann haben wir uns kurzfristig entschlossen wir treffen uns hier so kann jeder abends wieder in seine heimat abreisen ja und ich zeige euch einfach mal ein paar aufnahmen von und um die bierbörse und hier um mönchengladbach ja und wie ihr seht vor uns liegt der ganz große schildbürgerstreich so wie das jetzt aus sah sah das vor 25 jahren auch schon mal aus da wurde nämlich hier ein neuer busbahnhof gebaut ganz futuristisch und zukunftsweisend der sich dann als doch nicht so zukunftsweisend erwiesen hat in der praxis ja dann ist der hintergrund hier hinter steht eine ikone glatt was das haus westland seit etlichen jahren entmietet und zum abriss bereit stehend und das sollte runtergerissen werden hier und da sollte ein ganz neues großes gebäude ein gebäudekomplex mit hotel etc hin und dafür damit der investor das so bauen konnte wie der entwurf das vorsah musste der vor 25 jahren erbaute busbahnhof weg ja dementsprechend wird der ganze busbahnhof soll jetzt hier etwas weiter vorne vor dem bahnhof wieder aufgebaut werden in etwas anderer konstellation so dass dann dieser gebäude komplex weiter nach vorne ragen kann jetzt kommt aber der ganz große witz diese pläne liegen nämlich mittlerweile auf eis denn erst war corona da hatte sich alles verzögert und jetzt sind die baukosten so gestiegen und die wirtschaft liegt ein bisschen lahm und die frage ist ob wir hier überhaupt ein hotel und diesen gebäudekomplex brauchen und jetzt hat der investor das erstmal alles auf eis gelegt aber die stadt hat natürlich schon mal nägel mit köpfen gemacht und hat den alten busbahnhof weggerissen ja dementsprechend sieht das hier jetzt aus fußgängerführung katastrophe macht keinen spaß hier unten hoffen wir dass es bald fertig wird ja wir schlendern jetzt hier die hintenburgstraße hinauf hallo hallo wenn das meine mutter sieht ich habe die stolz gemacht alles klar ja seine mutter ist ein junkie und wir schlendern jetzt die hintenburgstraße rauf und dann vor dem minto wird sich die bierbörse abspielen und ja da schauen wir uns das mal an was es hier so gibt ihr seht hier in glattbach sind ganz viele wild aufs video zu kommen mit den witzesten und aber witzesten ideen ja wir sind eben hier nicht in der weltstadt sondern in glattbach so und da sind wir mitten im geschehen hier einer der ersten ist hensen das ist hier ja eine kleine hausbrauerei in mönchengladbach die haben ja auch ein brauerei ausschank ja hinter oder in waldhausen da kann man auch sehr nett sitzen von daher ja wenn wir hensen trinken wollen gehen wir eher zum brauerei ausschank heute werden wir uns dann doch eher auf die etwas fremderen sachen konzentrieren weil in hensen kann ich gemütlicher bei denen im brauerei ausschank trinken ja aber es ist einiges hier hier ist jetzt der anfang und das geht bis hinten zum einkaufszentrum hatte ich gestern gesehen also da hatte ich nur oben das obere stück gesehen weil ich bis hier unten gar nicht war ja ausreichend toiletten hatten sie da unten auch schon aufgebaut das ist auch vernünftig das war in der vergangenheit immer mal wieder ein problem hier bei den bierbörsen dass die da etwas knapp waren ich habe mal gehört die erste glattmacher bierbörse die war damals unten am gero war ja und da hatten sie nur ein paar dixi klos aufgestellt das ist natürlich dann nicht so optimal aber ja das macht doch jetzt hier einen ganz guten eindruck so wir haben unseren ersten stand gefunden rings das original aus litauen ja die meisten die ich jetzt bis jetzt gesehen habe sind die die früher auch in dölken und in aachen schon mal mit dabei waren ja hakob schor und augustiner und hofbräu und so san miguel aus spanien aber das kann ich jetzt noch nicht und genau danach ist man ja auf der suche marcel hat sich ein lager gegönnt und ich ein granats und dunkles bier ja zum ersten mal dann heute auch in gelungen hoffentlich gelungenen abend sagen wir aus ja das wetter hat jetzt dann doch nicht mehr so ganz mitgespielt es fängt an zu regnen aber wir haben uns jetzt hier ein lausitzer schwarz dir gegönnt ja wie ich eingangs gesagt habe wir sind in mönchengladbach und hier ticken die uhren anders jetzt sind wir am oberen ende der bierbörse gewesen dann mussten wir mal wohin toiletten sind aber nur am unteren ende der bierbörse ist auch sinnig gemacht dass man nicht mittig oder geteilt oben und unten hinsetzt dann habe ich gesagt kommen gehen wir hier ins einkaufszentrum weil wir wollten auch was essen ja hier ist mittlerweile die toilette im minto an sanifair vermietet ja dann hatten wir erst mal 70 cent bezahlt waren dann auf toilette gewesen dann sind wir da in der sushi bar gewesen ist und sushi all you can eat ist preis leistungstechnisch fair nicht das beste was man bekommen kann aber für den preis ist es ganz fair ja allerdings die erkennen den wert von sanifair nicht an finde ich auch irgendwie schon ein unding weil ich sag mal wenn ich teil von diesem food court bin dann hätte man auch irgendwie alle verpflichten müssen irgendwie gibt es nur vier oder fünf stellen laut der liste wo ich diesen wertbon wieder einlösen kann das heißt ich kann hierfür über 20 euro essen gehen und kann nicht mal eine toilette benutzen das finde ich schon irgendwo ja ein unding das werde ich der geschäftsführung vom minto auch nochmal per e mail schreiben ja dann haben wir eine natürlich gesagt gehen wir noch mal zum klo die nächsten 70 cent weg ich meine letzten endes egal da unten müssen wir auch bezahlen an den toilettenwagen ja ich bin durchgekommen marcel schmeißt sein geld ein eine frau geht an ihm vorbei durch das kreuz durch sein geld verfallen ja er versucht natürlich da durchzukommen kommt mitarbeiter an er erklärt ihm die situation und der mitarbeiter erteilt ihm hausverbot hier für die toilettenanlage im minto also das ist schon eine unverschämtheit wenn ich hier um 70 cent geprellt werde soll ich denn dann nochmal bezahlen oder was das ist aber auch weil die überhaupt keine getrennten kreuze fürs rein und raus gehen haben das ist ein hin und her da und ja also das ist irgendwie ein unding was die sich da gemacht haben aber ja das werde ich der geschäftsführung auch nochmal per e mail mitteilen mal gucken was da drauf kommt wir gehen jetzt nochmal hier über die bierbörse vielleicht trinken wir noch eins und dann schwenken wir hier oben so in die richtung abteiberg und altstadt und werden dann da in die kneipen einschwenken weil allzu viel neues hatten wir jetzt auf der bierbörse nicht gesehen das war jetzt dieses was war das sächsische schwarz bier da und die hatten auch ein pilz das hatten wir dann auch noch probiert das war auch ganz lecker und das litauische bier das hatte mir hervorragend geschmeckt ja und jetzt mal gucken ob noch irgendwas ist was wir nicht kennen aber ich muss ganz ehrlich sagen hier mehr so einen halben liter augustine oder hacker pschor in die rübe zu hauen sehe ich jetzt auch nicht ein erstens sind die preise hierfür 0 3 4 euro ist natürlich jetzt nicht gerade ein schnäppchen und wenn ich dann rechne wenn ich jetzt hinten in die kneipe gehe da kostet irgendwie 1 60 und 0 2 da fahr ich günstiger und da ist es dann auch nett aber natürlich hier um hier mal drüber zu schlendern und mal zu gucken ist das wirklich schön und deswegen gehen wir jetzt hier noch mal die paar meter auf und ab und dann schauen wir mal ob wir uns noch irgendwo einfinden oder ob wir dann in die kneipen meile weiter ziehen ja einen genehmigen wir uns jetzt noch auf der bierbörse das ist ja das spächtes aus dem erzgebirge ja einmal darf es noch sein so freunde ja bierbörse haben wir hinter uns wir stehen an der bus haltestelle grünewald und fahren jetzt richtung holt noch einen anderen kumpel besuchen der ist nämlich eben aus düsseldorf zurückgekommen und da in holt gibt es eine kneipe ja und den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen den kumpel und ja da fahren wir jetzt spontan mal rüber denn wie gesagt bierbörse ja fünf verschiedene biere haben wir probiert an drei verschiedenen ständen und ja das reicht dann auch die anderen sachen kannten wir weitestgehend und ja wenn wir jetzt hier ein bisschen in die außenbezirke fahren da ist das bier auch gleich eine ecke billiger und das ist ja auch nicht zu verachten ja und zu vorgerückter stunde sind wir aus holz zurückgekehrt haben einen alten arbeitskollegen besucht sind da im engelshof gewesen aber da waren jetzt alles einheimische da wollte ich jetzt drinnen auch nicht mit der kamera rum hantieren da war es auch ziemlich voll also dass wir das da so eine ja stadtteil gaststätte ist hätte ich nicht gedacht dass es da so knalle voll ist aber klar heute war fußballübertragung und allem ja und jetzt immer mit dem bus wieder zurückgefahren mit einer anderen linie der fährt hier außen um die stadt rum und da wir noch ein bisschen zeit hatten bis marcells zug fährt habe ich gesagt kommen dann steigen wir hier auf der lüppertzenderstraße aus und gehen hier durch die stadt durch runter richtung bahnhof und fangen hier noch mal im dunkeln die letzten bilder hier von der glattbacher bierbörse ein ja und dann ist es das auch schon gewesen heute nur ein ganz kurzes video einfach mal ja so ein so eine zeitgeschichtliche sache dadurch dass es jetzt hier bierbörse ist und dass wir das hier heute spontan gemacht haben ich wollte euch eigentlich noch ein paar bilder so von 123 finden auf der waldhausener straße also der glattbacher altstadt zeigen jetzt hatte sich das kurzfristig ergeben dass wir uns mit dem kumpel da treffen konnten dadurch dann hat sich das nicht mehr ergeben aber das kann ich ja dann auch ein andermal in einem video machen ja ich hoffe es ist euch jetzt nicht zu kurz gewesen es war einfach jetzt so eine spontane geschichte vielleicht hat es euch gefallen ich sag trotzdem danke dass ihr es angeklickt habt und sicher kommen auch wieder längere sachen ich habe da ein bisschen was im hinterkopf wie gesagt was wir eigentlich heute machen wollten im bergischen land das werden wir auf jeden fall jetzt in naher zukunft dann anpeilen und da hoffe ich dass ihr natürlich dann auch wieder dabei seid ich sage danke fürs reinschauen und bis zum nächsten video